Der Tänzer Arvid und Puppe Herbert, gespielt von dem Alex, zeigen eine Love-Story. Wobei eigentlich die Puppe völlig überflüssig war, sie hat ja im Endeffekt bloß kommentiert, was der Tänzer gemacht hat. Also da hätte er auch sozusagen eine Stimme aus dem Off gereicht. Also die Puppe war meiner Meinung nach einfach nur aufgesetzt. Wirklich mit Puppen-Stars hat das im Endeffekt nicht viel zu tun, es war halt wieder eine Tanznummer. Und die Puppe war halt angeklebt, würde ich das bezeichnen. Also dafür war sozusagen das mit dem Beatbox und Breakdance, was er noch kurz im Anschluss gezeigt hat, das hätten sie eher bringen sollen, weil da stand ja die Puppe im Mittelpunkt. Aber naja, war auf jeden Fall nicht gut.